Möchten Sie gerne selber mal Kinder haben? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich. Meine Freundin, die hat immer gesagt, damals auch in der Phase, also unser Kind wird definitiv... Die weiß übrigens von den Kinderplänen, oder? Die Freundin? Ja, ich gehe davon aus, sie hat mir geplant. Nein, sie hat immer gesagt, also unser Kind wird definitiv kein Leistungssportler. Wenn er deine Gene erbt, dann haben wir nichts zu lachen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ja, guck mal, ist noch ein bisschen Zeit und so. Aber ich habe da ja auch irgendwie ein Wörtchen mit zu sprechen. Aber ich würde schon auch darauf achten, ganz speziell, wenn das Kind meine Gene hat, dass das in gesunde Bahnen läuft. Denn wie meine Mutter auch schon gesagt hat, man sollte nie den Mensch in dem großen Ganzen vergessen. Das ist wesentlich wichtiger als der sportliche Erfolg. Amen. 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 Es vielleicht